Es gibt ein Haus in Neu-Berlin, man nennt es Haus Abendrot. Es war der Ruin für die Unterkunft von mir, mein Gott, mit sich Not. Ich wäre heute daheim, war jung und dumm, war ein armer Jung, auf den Nachweg geführt und gemein. Es gibt ein Haus in Neu-Berlin, man nennt es Haus in Neu-Berlin, man nennt es Haus, es ist mein Vater, der IDK vom Neu-Berlin, man nennt es Haus, es kommt immer. Das ist das Haus in Neu-Berlin, aber es gibt einen Haus in Neu-Berlin. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Im Auftrag des ZDF, 2020